Hallo, herzlich willkommen zu Galoxys Asperger TV. Mein Name ist Doro, ich bin Paar- und Familiencoach, speziell für das Thema Autismus und coache sehr gerne, berate sehr gerne Familien, Paare und Betroffene von Autismus zu ihren jeweiligen individuellen Themen. Heute beantworte ich hier auf YouTube eine Zuschauerfrage, die an mich gerichtet wurde und zwar ging es darum, wie ist denn das eigentlich für Autisten, wenn sie in Bildern sehen, ist das furchtbar anstrengend? Also die Zuschauerin meinte, das muss ja furchtbar anstrengend sein, wenn man alles erstmal in Bildern sieht und dann übersetzen muss. Und darum soll es heute in diesem Video gehen. Wie immer ist es mir wichtig, darauf hinzuweisen, dass nicht der Autist und der Autismus alles repräsentieren, was ich hier heute und in anderen Videos sage. Es sind immer so Tendenzen, es sind bestimmte Muster, die sich immer wieder zeigen oder erkennbar machen. Das gilt aber natürlich nicht für jeden und nicht individuell. Das Autismus-Spektrum ist sehr groß, sehr weit und die Menschen können da sehr unterschiedlich sein. Das gilt auch für das heutige Thema. Viele Autisten sehen in Bildern, aber natürlich nicht alle. Und heute gucken wir mal, was heißt denn das, ganz genau in Bildern zu sehen. Ich kann da nicht aus eigener Erfahrung sprechen, weil ich nicht unbedingt so in Bildern sehe wie manch anderer. Aber natürlich durch die vielen Gespräche, die ich führe und die Eindrücke, die ich habe, die Erzählungen, die ich habe, kann ich ein bisschen was dazu sagen. In Bildern sehen bedeutet wahrscheinlich erstmal, dass man ein Verschiedenes sehr detailliert sieht. Ganz anders als jetzt, wenn ich einen Satz höre, dann höre ich einen Satz. Er hat für mich eine bestimmte kognitive Bedeutung. Ich kann das kognitiv übersetzen, aber ich sehe nur so grobe Schemen, würde ich mal sagen. Also wenn ich jetzt an einen Hund denke, an meinen Hund denke, dann sehe ich vielleicht meinen Hund oder ich sehe eine Form Hund, so ein Mischling. Mein Hund ist ein Rassehund, also in dem Fall sehe ich tatsächlich einen Mischling ungefähr und das ist mir gut genug. Das ist so oberflächlich, so grob kann man damit was anfangen. Wenn ich den gleichen Satz jemandem sage, der mehr so ein visueller Seherdenker ist, der mag dann wahrscheinlich genauer sich vorstellen, welche Art von Hund das ist, welche Rasse, welches Fell, welche Struktur das Fell hat, ob der Hund schwer atmet oder wie auch immer. Der sieht viel, viel mehr Details und das kostet natürlich Zeit. Das heißt, wenn man einen Satz spricht, ist da ein Konzept dahinter, für die meisten Nicht-Autisten meistens auch noch irgendwie eine soziale Interaktion oder Botschaft, die der Autist erstmal in einem Bild wahrnimmt und noch gar nicht so sehr in einen bestimmten Kontext übersetzt, in eine bestimmte Sprache übersetzt. Und da entstehen natürlich auch verschiedene Schwierigkeiten und Probleme. Und zwar kann es dann dazu kommen, dass, wenn man jetzt in so einer Bildsprache erstmal denkt oder wahrnimmt, dass man die Bilder zwar sieht, bestimmte Eindrücke hat, sich aber entscheiden muss, für welchen Hund entscheide ich mich denn, welchen will ich denn jetzt visualisieren. Dem Sprecher mag das vielleicht egal sein, aber der Zuhörer, in dem Fall der Autist, der in Bildern denkt, braucht es vielleicht genauer und sein Gehirn braucht dann länger, um diese Information zu bearbeiten. Entsprechend kann es sein, dass die Reaktion nicht so schnell ist. Entsprechend kann es sein, dass dann derjenige, der gesprochen hat, eine Reaktion erwartet, aber keine kriegt und sich wundert, warum. Und so kann es zu allerlei Missverständnissen kommen und Schwierigkeiten kommen, in der Tat. Wenn man dann natürlich auch die Bilder hat und ein bestimmtes Gefühl dahinter vielleicht auch erzeugt wird beim Autisten und man soll dann antworten, dann muss das Ganze erstmal wieder in Sprache rückübersetzt werden. Man kann ja quasi kein, ja es wäre schön, aber man kann nicht so ein Bild projizieren mit einem Projektor zurück projizieren. Das würde wahrscheinlich vielen Autisten helfen. Sie arbeiten ganz gerne, viele arbeiten ganz gerne mit irgendwelchen visuellen Hilfsmitteln. Das würde helfen, ist aber beim Sprechen tatsächlich nicht möglich. Das heißt, es kann da auch durchaus eine Verzögerung geben, Schwierigkeiten geben, manches zu artikulieren. Ein anderer ist so zack, zack, kann sofort ganz schnell antworten, ist da sehr stark im Zurückantworten und Kontrageben oder Argumentieren, weil die Worte einfach fließen. Und selbst wenn Autisten das Konzept verstehen, aber eben in Bildern denken, kann der Weg, ist einfach länger. Der kann nicht so schnell gegangen werden wie einer, der wirklich sehr schlagfertig ist und da immer schon ein Argument das Nächste hat. Und das kann frustrierend sein für beide Seiten mitunter. Es wird den Autisten manchmal wirklich sehr frustrierend, weil er nicht das ausdrücken kann, was er vielleicht sagen möchte. Ich glaube wirklich, es gibt visuelle Denker, es gibt mehr so die Wortdenker. Ich glaube, ich gehöre eher zu den Wortdenkern und es gibt Leute, die Muster erkennen und daraus viel abziehen. Die gucken sich irgendwas an und sehen da irgendwie Fehler oder Ungereimtheiten. Ich glaube, ich persönlich bin mehr so der Wortdenker, bin auch wortgewandt und bin auch recht schlagfertig. Das ist so mein Naturell, da ist jeder ein bisschen anders und es ist gut, seine Stärken zu kennen, um damit umgehen zu können. Also wenn du eher so ein visueller Denker bist und Dinge in Bildern erst einmal siehst, kannst du natürlich deinem Gegenüber sagen, du, ich kann nicht so schlagfertig antworten. Das kannst du natürlich auch eben nicht schlagfertig tun. Das darfst du dir vorüberlegen und schon mal ankündigen oder erklären. Ich brauche da ein bisschen länger. Ich muss meine Bilder erst mal verarbeiten. Und dann darf man in seine Selbstsicherheit gehen und sagen, ja, es gibt Menschen, die denken eher in Bildern und die sind dann halt vielleicht ein bisschen langsamer, ein bisschen verzögerter im Antworten. Aber auch das ist okay. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man in Bildern denkt, dass man da auch ein anderes Gedächtnis entwickelt. Also, dass man verschiedene Eindrücke eben mit Bildern verbindet, mit Emotionen verbindet und dass es dann so eine Kette oder eine Aneinanderreihung von Bildern gibt, die man wie so in so einem Katalog erst mal durchblättern muss, wenn man jetzt sein Gedächtnis abruft. Das sind dann nicht Konzepte, das sind nicht Ideen, die irgendwo gespeichert sind, sondern das sind tatsächlich Katalogbilder, die nochmal durchgewälzt werden müssen, wenn man sich an etwas erinnern möchte. Wenn einer von euch gerne ein bisschen mehr Info darüber hätte, ich kann wirklich ein ganz kleines Büchlein sehr warm empfehlen. Das finde ich ganz toll. Und zwar ist es dieses hier. Und das ist ein Buch, das wurde geschrieben von Naoki Higashida. Ich hoffe, ich spreche das einigermaßen richtig aus. Und das ist ein Junge, der seine autistische Welt erklärt. Das Buch ist deswegen so besonders, weil es eben nicht von einem Erwachsenen geschrieben ist für Erwachsene über Autismus, sondern von einem autistischen Kind formuliert ist. Und das gibt nochmal einen Einblick in das Sehen und Denken von jemandem, der vermutlich auch eher in Bildern sieht und denkt. Deswegen hier zu diesem Thema passend und gibt so ein bisschen Einblick, ein Einfühlen, die Möglichkeit sich einzufühlen in die Welt des Autismus mit mehr dem visuellen Denken und Sehen der Welt. Im Übrigen, dieses Buch ist in keinster Weise gesponsert. Das ist nur mein Tipp, den ich einfach so rausgebe. Ich bekomme dafür kein Geld, dass ich das Buch hier empfehle. Mein Anliegen, wie so oft in meinen Videos, ist es, dass wir uns in unseren Welten näher kommen, uns besser verstehen. Das heißt, wenn wir besser verstehen, dass andere Menschen die Welt anders wahrnehmen, nicht wie Denkwahrnehmer, wie ich es bin, sondern eben Bildwahrnehmer und in ihrer Reaktion ein bisschen verzögert sind und einfach anders ticken, dann ist das okay, dass wir uns gegenseitig ein bisschen Zeit schenken, ein bisschen Wohlwollen schenken und aufeinander zugehen und versuchen, den anderen zu verstehen. Das ist meine Botschaft, die mir wichtig ist und ich wünsche euch eine gute Woche, eine gute Zeit, ein gutes aufeinander zugehen und neugierig aufeinander sein. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Tschüss! ... ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017